Mein Weck hat heute Morgen um 6 Uhr geklingelt. Klingeling. Der war nicht lustig. Auf jeden Fall habe ich da meine Augenpatches dran gemacht und bin am Set angekommen. Ich bin so dankbar für alles, was gerade passiert. Das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe, professionell ready gemacht zu werden, so auszusehen. Mädels, ich verlinke euch den Anzug in meiner Story. Der ist so geil. Lieben wir. Mein Goldchen muss ein paar Kommentare geben. Tut mir leid. Auf jeden Fall ging es dann auch schon los. Ich bin so dankbar für mein Team. Ich habe super Leute um mich herum. Hier wollten sie mir, glaube ich, meine beiden Beine brechen, aber wir hatten auf jeden Fall Spaß. Bilder zu dem Look sind jetzt online. Checkt ab und lasst Liebe da.